Hallihallo liebe Würfelfreunde und willkommen zurück beim Let's Play. Ja, wir haben ja das letzte Mal, also die Bürde des schwarzen Würfels auf unseren Rücken gespürt und sind jetzt hier aufgetaucht. Und was wir hier jetzt erleben werden, was wir hier finden werden, das scheint wieder so eine Traumsequenz zu sein, das werden wir jetzt rausfinden, würde ich sagen. Jetzt schauen wir uns mal die ganzen Sachen an. Ja. Was, das ist odd? Äh, okay, erkenne ich jetzt nicht so. Was ist hier passiert? Ja, schauen wir uns mal die andere Seite an, bevor wir zu dem, naja, leicht auffälligen Ausrufezeichen gehen. Ach, wir spielen gerade odd. Das raffe ich ja jetzt erst. Wir sind ja gar nicht even. Die sehen sich aber auch ähnlich, die zwei. Ach, äh, so. Ja, das heilige Schwert. So, was ist das? Das sind ganz viele Super Mario Röhren, hundertprozentig. Okay, oder ist es der Kartenmacher, das kann ja auch sein. Jetzt habe ich Angst, wenn ich jetzt da hochgehe, dass ich irgendwas triggere, ohne dass ich... Ach, komm, wir probieren es mal. Hier ist gar nichts. Hinten komme ich auch nicht lang. Na dann, gehen wir doch mal da hin. Die Würfelpyramide, wer kennt sie nicht? Was? Ich, ich, ich habe doch nichts kaputt gemacht. Aber, 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 wozu dient dieses Modell von Sextub? Ja, warum habe ich, warum habt ihr es? Na, komm, wir fragen mal das untere. Ich habe es, weil ich es, Tod. Du bist zwölf. Es sind Dinge, die du noch nicht verstehst. Anyway, vergiss es. Weil ich habe etwas für dich, Alt. Etwas spezielles. So, die Standard-Ausrede, oder? Du bist doch erst zwölf. Du verstehst das noch nicht. Oh, was ist das? Kann ich es haben? Ne, wir sind rebellisch. Ähm, ich will kein Geschenk von euch. Da ich das ja eh nicht will, muss ich es mir ja auch nicht verdienen. Oh. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Nein, 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 mach es nicht. Nein, mach es nicht. Ach, Gott. Die Bloops sind nicht, was sie zu scheinen. Okay. Natürlich, die königliche Spinne. Äh, wer kennt sie nicht? Äh, warte mal, bevor wir die einholen. Holen wir erst mal Kohle. Hast du brav gemacht. Ich hoffe, die rennen uns nicht allzu weit weg, weil wir müssen erst mal hier die Gegend auch erkunden. Ey, jetzt machen wir keinen Stress. Guck mal, wir haben hier Sachen, die wir unten müssen. Ja, 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 ja. Moment. Das kannst du vergessen, Spiel, lasse ich jetzt hier durchrush. Gucken wir uns erst mal hier die Gegend an. Das heißt, wir sind jetzt in drei Stadt, ja? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Guck mal. Das sind so fiese Tricks. Ja, beeil dich, beeil dich. Wir müssen, wir müssen, ja, nichts müssen wir. Wir müssen einsammeln, das müssen wir. Alles an Kohle, was wir finden können. Wir brauchen mehr Karten. Kann ich da hoch? Nee. Da sind ein paar Steinchen im Weg und die Gute kann ja nicht klettern. Du! Oh, warte, warte! Oh, das sieht aber schon geil aus vom Design. Das gefällt mir sehr gut, obwohl ich Spinnen jetzt nicht zu meinen beliebtesten Tierarten, ähm... Ja, zähle. Was, was, was sind denn das hier? Oh, oh. Was zum Teufel? Was sind denn das für Riesenroboter? Ach, krass. Wollen wir mal hier erstmal umdrehen? Man weiß ja nie... Oh, da ist noch was. Nehmen wir alles mit. Schön umgucken, Ivan. Schön umgucken. Auch immer schön nach hinten schauen. Nicht, dass wir hier irgendwelche Würfelzugänge, ähm, verpassen. Das wäre auch ganz gut. Da ist jede Menge Kohle rum. Da kommt nochmal so ein Räumchen, dass, dass Dicey hier walten und schalten kann. Wäre schon cool. Achso, ja stimmt, ne? Drei-Stadt war doch irgendwie so eine kriegerische Ebene. Hat das nicht mal so geheißen, dass da so diese... Ja, die, 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 ja, die kriegerische, äh... Ja, Ebene, kann man Ebene sagen? Ich habe keine Ahnung, wie die Welt aufgebaut ist. Äh, Territorium? Man weiß es nicht. Oh, da geht es jetzt gleich rund. Moment. Hallo, Freunde. Oh, da ist die Spinne. Oder? Das war doch die Spinne. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde alle sehr wichtige Arbeit für die Königin, während Bernard mopsen die Boden. Oh, hey. Where is Bernie? Oh, Bernard ist gone. A Six-Hour Child ist missing. Scheint eine sehr hohe Sechserquote zu geben. Er scheint eine sehr hohe Sechserquote zu geben. Also wie gesagt, es scheint eine sehr hohe Sechserquote zu sein, dass jetzt sogar, ähm, die halbe Kinderschau aus unserem Dorf jetzt hier Sechser sind. Und die anderen waren doch auch von unserem Anfangsdorf im Einser Dorf, oder? Sehr merkwürdig. Achso, jetzt sind wir jetzt in Dreiland, ne? Ähm, ich würde mal kurz auf die Karte schauen wollen. Okay, eine Märchenseite haben wir. Oh, haben wir im Zweiting die Märchenkarte gefunden? Die Märchenseite. Können wir das irgendwie nochmal nachstellen? Ne, ne? Scheiße, ich hoffe, wir haben die Seite nicht verpasst. Ach nee, ich glaube, die Seite haben wir eingesammelt. Die Seite haben wir eingesammelt. Wir haben acht Karten, sechs Nebenquests. Na, herzlichen Dank. Da haben wir ja ein bisschen was zu tun. Äh, hallo? Ivan? Laufen Sie mal bitte die Straße lang. Das ist sehr nett von Ihnen. Marktplatz von Dreiheit. Oh, hallo, du bist mein bester Freund, mein Kartenlieferer. Oh, da sind ja sogar drei. Das sieht ja echt krass aus. What? Oh, hallo, du bist mein Kartenlieferer. A murdered father. Three siblings, each suspecting the other of the deed. It's mine! And a giant battle droid, given to each by the Queen to settle the matter. Ich hab dich doch schon lange gesehen. Ein von, äh nee, ein von Bürgerkrieg, Gebäude des Dreiheit. Ah, ja, okay. Also, wissen wir schon mal den Grund? Es gab wohl den Vater, der ist ermordet worden. Wahrscheinlich von der Königin, kann ich mir gut vorstellen. Und die ganzen, so die drei Geschwister, die verdächtigen sich untereinander. Und ja, Attacke gibt im Krieg. Okay, ich guck nochmal kurz, ob ich noch schnell irgendwelche, ähm, Sachen finde. Uh, der sieht aber, der sieht aber auch nicht vertrauenswürdig aus. Jetzt gib doch mal alle Ruhe, ich red mit euch schon. Ich, ich muss erst mal Karten kaufen. Ja, ja, wir kaufen Karten. Ja, du auch. Was zum Teufel machst du eigentlich hier? Ja, aber ich möchte nur anmerken. Ich hab mir das hart erkämpft. Und du kommst hier einfach hoch. Warum hast du mich nicht mitgenommen? Wie bist du aus zwei Stadt herausgekommen? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Ach was. Und dann haben wir Karten in der Präsentation. Natürlich. So, jetzt tradeen wir, ob wir? Hu hu hu. Ach, und dann wirft er mich gleich hier ins Einkaufsinventar, damit ich auch ja nicht mehr nachfragen kann. Du bist schon ein kleiner Schlingel. Okay, super Elixier. Würde ich sogar favorisieren. 135 können wir uns leisten. Das ist noch ein normales. Ähm, was ist das nochmal? Schwäch. Nee, schwäch ist langweilig. Die Dinger sind doch ganz gut, ne? Haben uns doch schon ein paar Mal jetzt den Popo gerettet. Aber davon haben wir ja zwei. Das ist natürlich, die Karte ist natürlich auch geil. Äh, wir können uns nicht alles leisten. Nee, ich würde jetzt sagen. Ich würde jetzt sagen. Wir brauchen noch eine. Wir kaufen die. Noch zwei Punkte. Also, als ob das nicht reicht. Äh, wir brauchen zwei Punkte. Ähm, das heißt, wir können jetzt bis zu drei würfeln. Sieht doch gut aus. Hm. Ja, sonst können wir uns nichts leisten, ne? Wir müssen doch auf jeden Fall eine Karte schnell kaufen, damit wir hier unsere nächste Belohnung kriegen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Jetzt wechsle ich kurz mal. Wie viele Bücher haben wir denn? Ich glaube, wir haben alle, ne? Bisher. Ähm, nee, Quatsch. Das wollte ich gar nicht machen. So. Ich tausche mal kurz die Karte aus. Äh, was will ich denn wegmachen? Die bleiben drin. Die bleiben drin. Gesundheitselixier. Spielleiter. Der Bogen bleibt drin. Bombe bleibt drin. Wissen wir, was wir machen? Wir wechseln einmal aus. Wir wechseln einmal den raus. Und nehmen dafür den Supertrank. Äh, nein. Warte mal. Zurück. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Jetzt auch RT. Wir nehmen den Supertrank mit. Bist du der Supertrank? Nee. Wo ist denn der Supertrank hin? Okay. Bist du der Supertrank? Ja. Nimm wir den noch mit rein. Dann kriegen wir gleich mal mehr Heilung. Ich hab Endung. Ja, ja, weiter. Nee, nee, weiter. Nein, hab ich jetzt... Ach, Spiel. Nee, passt. Okay. Wir brauchen noch fünf von diesen Münzenwährungsdingern. Okay, jetzt reden wir erst mal mit dir. Diese Bälle gehört zu meiner Familie, nicht wahr? Und es ist immer noch so, ich glaube. Und dann ist eine sehr langsame und einschläfernde, monotone Aussprache. Sieht so aus, als hätten sie schon bessere Tage gesehen. Ähm... Muss schön für dich sein? Ähm... Muss schön für dich sein? Bevor seine Mörder... Moment, Reginaldovio und der Dritte. Schöner Name, mein Freund. Schöner Name. Sag mir, wir werden unseren Herrn und König... Er ermordet wohl... Okay. Du kanntest den König? Du kennst die Drillinge. Wenn du adelig bist, warum kämpfst du denn dann nicht im Krieg? Nee, komm, wir machen erst mal das. Just so. But I'm a distant relative. Far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time. Not since this cursed civil war started. Last I heard, she was in the Duke's Garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know that she knows I do miss her. But it's too dangerous for me to go stumbling around the battlefield. Please excuse me. Finde Greta Ringer. Okay. Wollen wir mal die Glocke anschauen? Oh, mal gucken, was für ein Ärger wir uns jetzt einheben. Wollen wir mal die Glocke rein müssen? Hallo, Glocke? Wie? Kann ich's machen? Ja, warte. Ne. Na gut. Was ist denn da unten? Hallo, der Herr, Blockade-General. Schau doch einfach in die andere Richtung. Behold, Manni... Ich bin froh, dass ich dir die Untertitel anhabe. Ich hätte kein, aber wirklich kein einziges Wort verstanden. Okay, mein Herr, du willst ja immer noch den Rinko-Star. Was ist mit dir? Also in dem Spiel hören die sich alle sehr gerne reden, glaube ich. Natürlich habe ich Zeit. Tun wir es so, als ob ich das nicht... Nee, oh nee, warte mal, dann erzähl ich... Ach komm, wir müssen es aber mal wissen, vielleicht... Gibt mir Informationen. So, since you're hearing this for the first time, let me tell you about the three siblings involved. There's the paranoid Count up in High Bethaven to the west. The soft and coddled Duke living in Fogwash Garden to the north. And the duty-bound and tough as heck Baroness living out east on Wildcard Hill. Who do you think did it? Who do you think killed their father and started this bloody Civil War? Haha, wo soll ich denn das wissen, mein Guter? Ich bin hier gerade mal 10 Minuten hier. Ich habe gerade von der Geschichte erfahren. Aber der paranoide Graf wird sich schon mal interessanter, aber es ist bestimmt eine Falle. Alle. Alle haben es geplant und dann haben sie sich gezofft, so. Mir doch egal. Ja, damit hat er jetzt nicht gerechnet, ne, der Gute. Wer bist denn du? Bist die Einzige, die hier so halbwegs sympathisch, naja, halbwegs normal aussieht. Entschuldigung, hast du irgendwelche Kinder gesehen? Ich suche nach einem vermissten Jungen in einer Sexuniform. Hast du ihn gesehen? Achso, ja, ich mach mal das erste. Nur gute Absichten, ich hab nur gute Absichten. Er ist ein Freund von mir und steckt in Schwierigkeiten. Ich mach mir Sorgen. Also, hast du irgendwelche Kinder gesehen? Oh, heavens, no, that sort of thing wouldn't interest me at all. Good grief, spying on people. I make a point of not remembering anyone I see in public. Privacy is very important to me, understand. What would that paranoid count demanding full reports of everything everyone does every day and all? Okay, und dann kam der Wasserfall. Naja, danke für was auch immer. Falls Nanny Fortuna fragt, würdest du dich also nicht an mich erinnern? Ich versuche es, es ist ein Stranger. Na, das ist doch schon mal was. Wenigstens ein was. Okay, vor ihm hab ich ein bisschen Angst. Ich weiß. Wir haben hier aber auch. Aber wir würden die ganze zu... Guck mal, ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Wir können unsere Karte kaufen. Tschaka. Ich will wissen, was wir jetzt noch kriegen. Jaja, mach mal deine Porten auf, mein Herr. Was kaufen wir denn jetzt? Wir haben jetzt 120. Wir könnten... Die sind alle so teuer, die ich jetzt will. Können die noch nehmen. Ach, wir können gar nicht... Hä? Wir können gar nicht blättern. Okay. Nehmen wir mal eine, die wir noch gar nicht hatten. Einfach mal zum Ausprobieren. Jeder Kristall hat einen höheren Wert. Ach komm, wir nehmen die mal. Aha. Jetzt, wenn ich wüsste, was wir die ganze Zeit genommen haben. Wollen wir nochmal Schaden gehen oder Risiko? Ach komm, ich steh auf ein Risiko einfach. Oh, das ist aber eine ganz neue hier. Okay. Was ist denn die neue hier? Äh, da. Eine alte Kanone aus dem... Kein Würfelkrieg kommt ins Spiel und verschießt Säurepfeile. Sie wird nach 30 Sekunden aus dem Spiel entfernt. Gib mir Münzen aus, um... Ach so. Okay. Hört sich zumindest interessant an. Probieren wir mal aus. Wenn wir die Kohle haben, um uns die zu leisten, ne? Okay, so jetzt, äh... Es wird kein Weg dran vorbei. Wir müssen mit ihm irgendwie reden. Find them! Let none who attack the king... Let none of them... Ähm... The attack has begun! The king must be saved! Von Weitem hatte ich Angst. Jetzt finde ich sie voll sympathisch. Das ist die Krieger-Oma. Guckt's euch an. Mit ihrem Gehstock. Angriff? Was für ein Angriff? Welcher König? Ich dachte, er wurde getötet. Was? Identifiere dich selbst, Freundin! Äh, Entschuldigung. Ich mach's mal freundlich. Ich bin Eben. Äh, wie heißt du? Ich bin Niska. Und ich bin... Ich bin... Ich... Ich hab jemanden sehr wichtiges beschützen. Ich denke... Ein Ruhiger, vielleicht? Vor der Krieg. Du hast von einem König gesprochen. Hast du ihn beschützt? Oh, Eben, du süßes Kind. Du kannst ja nicht auf den Krieg bringen. Der König ist tot und tot jetzt seit Jahren. Schau dir nicht? Also, wie gesagt, äh, ich find die grad voll sympathisch. Die ist irgendwie voll... Voll ulkig. Okay, ich muss jetzt los, Niska. Ähm... Ne, das tue ich nicht, Niska. Was? Wie kennst du meinen Namen? Äh... Oh Gott, die ist ein bisschen tüdelig. Du hast ihn mir gesagt. Vor ein paar Sekunden erst. What? I've never seen you before in my... The King! Protect the King from danger! Och, die Arme. Hm. Oh boy. I can't wait to get back home. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. Äh, 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 oh, wow. Äh, 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 okay. Woo, 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 wow. Es ist ziemlich kalt hier und auch. Das ist nicht gut. Da gibt es jemanden, der hat sich auf königliche Jungs spezialisiert. Auch das hört sich irgendwie falsch an. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Oh, du siehst aber auch nicht so glücklich aus. Na gut, das ist ein Kriegsgebäude des Landes. Also ich glaube nicht, dass sie in Wohlstand leben. Eher in Angst und Schrecken. Schauen wir mal da nach rechts. Da geht es nicht lang, okay. Schauen wir mal, da kam ich jetzt her, ne? Ja, genau. Ich muss immer aufpassen. Im ersten Moment sind diese Winkelgassen hier, ähm, ja. Oh, schau mal. Nehmen wir mit. Entschuldigung, die Vase wolltest du doch bestimmt nicht haben. Entschuldigung, ähm, hast du irgendwelche Kinder gesehen? Mit gar, mit gastiger Kleidung? Was ist denn, gastig? Ah, das ist Bernie. Hast du gesehen, wie er, wo er hingegangen ist? Ach, schade. Wer ist dieser Schattenmann? Das hört sich ja voll geil an. Oh, huch. Schreck mich doch nicht so. Vor allen Dingen ist der erste Schattenmann, der nicht mit Süßigkeiten jemand in seinen Schatten lockt, sondern Süßigkeiten nur noch liegen lässt. Die finde ich total putzig. Die finde ich so putzig. Ich muss immer grinsen, wenn die da an mir vorbeirennen. Was ist denn hier? Ah, ha, ha, ha. Immer gut, jede Lücke zu untersuchen. Was geht hier für eine Party ab? Ach, der Herr. Entschuldigung, hast du ein Kind gesehen? Kinder, die hier nicht zu unsupervisiert sind. Das ist, was der Schattenmann sich erlaubt hat. Ach, ihr habt echt ein Schattenproblem. Hast du einen Jungen in einer Sechseruniform gesehen? Er ist ungefähr so groß. Ich glaube, ich habe es kapiert. Ihr habt einen Schattenmann. Alle scheinen Angst vor ihm zu haben. Als ob ich Angst vor dem Schattenmann habe. Ich kann nicht drei jetzt würfeln. Da sagst du nichts. Okay, wo geht es denn hier überall dann? Rasenlaternenterminal. Oh. Guck mal. Zack. Guck mal nach oben gucken. Okay, wer bist denn du? Will ich mit dir reden? Ich schaue erst mal nach links. Aha. Aha, 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 aha. Was haben wir denn hier? Uh, was haben wir denn hier? Das freut mich gar sehr. Ey, da können wir sogar die neue Karte mal kaufen. Das müsste jetzt reichen. Ähm. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Wie war das jetzt? Äh, hier? Ich? Ne, warte mal. Ich stelle mich da hoch und schicke den Würfel runter. Also da ist sie. Den Würfel. Das war jetzt sehr... Das ist ja blöd ausgedrückt. Nein. Das Ziel ist da aber so eine ganz besondere... Warte mal. Ne, bleib doch da stehen. Der mag nicht stehen bleiben. Warum magst du nicht stehen bleiben? Das Ding geht so oder so auf, ne? Warte mal. Muss ich das vielleicht andersrum machen? Loh, nu? Ach so. Wartet mal. Ach, jetzt bleibst du hier stehen? Da ist sie. Geh mal da hin. Nein. 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 Ja. Bleib doch mal da stehen. Dicey, mach es mir nicht so schwer. Die Steuerung, die sehe ich schon so komisch. Ich kann es nicht anwesigen. Warte mal. Kann ich so mal? Na also. Oh oh. Hätte ich das vielleicht nicht machen sollen. Okay, Dicey, kommst du wieder her? Ich hab da jetzt, also, ähm. Ich glaub wir haben gleich ein Schattenproblem. Speech, speech, speech. Oh fuck. Ich hab da was getriggert, was ich nicht hätte triggern sollen. Okay, ähm, 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 uh, wie wir aus, äh, scheiße, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Ja, kleiner Cliffhanger, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin nicht gespannt. Bis dann.